Wenn man die hier auf dem Ding stellt, auf den Felsen, nicht von hier oben, dann hätten wir hier das Wasser und so, vielleicht ein bisschen Gebüsch, das sollen wir mal machen. Komm, das ist jetzt egal, die zwei Fusseln. Wir müssen ein Stück weiter zurück, glaube ich. Ihr sperrt hinten ab und los. Okay, komm mal her. Ist egal, komm. Ja, langsam. Okay, zurück. Woher zu angeln? Nö, überall zu. Also gar nichts machen? Nein. Ach so auch nicht. Guck mich mal an. Guck mal zu mir. Ah, jetzt spiegelt es sich schön. Guck mal mehr rüber. Ja, genau. Dann. Dann. Uneregum. Dann. 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 Machen wir nochmal einen Lichttest? Jetzt guckst du mich gleich mal an und jetzt? Okay, auf geht's. Ja, komm.